So, hallo und herzlich willkommen zurück. Heute geht es darum, den Wolf endlich mal ein wenig fortzubewegen. So, jetzt ist das große Problem, wir haben hier ein Objekt ohne Animation. Und Animation zu bekommen ist sehr, sehr schwierig, vor allem weil ich die ja dann im Video auch noch zeigen möchte. Das heißt, ich bitte euch einfach Verständnis zu haben, dass ich hier keine Animation an sich zeigen kann und dass das Animieren selbst wirklich eine eigene Tutorial-Reihe ist. Jetzt animieren tut man solche Modelle im Normalfall mit Blender, mit Maya, mit solchen Profi-Werkzeugen dann auch und die kann man dann auch alle einfach importieren. Eine Animation funktioniert im Endeffekt genau gleich. So, wir werden noch kleinere Animationen hier dann sehen, aber halt nicht mit dem Wolf. Also da muss ich jetzt halt einfach sagen, das geht nicht. Okay, gut, was wir jetzt noch machen wollen ist folgendes. Wir wollen den Wolf vorwärts bewegen. Und da gibt es einen kleinen Trick, den ich euch in diesem Video zeigen möchte. Zunächst einmal brauchen wir natürlich wieder sowohl Keyboard als auch Clock. So, einfach die beiden Zeilen kurz einfügen. Anschließend geben wir unserem Objekt, also unserem Wolf natürlich noch einen Namen. Objekt.name ist gleich Wolf. So, und zu guter Letzt sagen wir, wir wollen in der Update-Methode natürlich auch noch mehr updaten. Und zwar hier einmal drin. So, ich kopiere jetzt das aus der Main.js einfach hier raus. Also quasi das hier. Varstep ist 10 mal Clock getDelta. Dann, gut, wir wollen natürlich nicht die Box. So, und wir wollen hier natürlich den Wolf haben, aber wir nennen ihn, doch, wir nennen ihn schon Wolf. Das muss schon sein. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Jetzt haben wir hier den Wolf zur Verfügung. Wenn ich jetzt W drücke, dann geht er hoch und wenn ich S drücke, geht er runter. Wenn ich A und D drücke, dann geht er zur Seite. Jetzt haben wir auch wirklich eine Orientierung. Also, das heißt, A und D sind zwar richtig, aber ja, W und S absolut grottenfalsch. Ja, wir dürfen hier nicht Y verwenden. Das hat mich letztes Mal auch ein bisschen gefuchst. Aber das lag daran, dass wir die Pläne eben rotiert haben. Wir müssen natürlich Z verwenden. Und ich bin mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher, ob wir die richtige Z-Richtung jetzt haben. Nein, haben wir nicht. Wir müssen es genau andersrum machen, weil sonst geht er mit W nach hinten und mit S nach vorne. Darauf könnte man kommen, wenn man hier die Minus und Plus richtig studiert hat. So, und jetzt haben wir im Endeffekt unseren Wolf. Und wenn ich jetzt diesen Wolf hier vorwärts gehen lasse, zur Seite oder so, dann passiert das hier. Und das ist auch absolut alles, was ein Programm bei euch machen wird. Und das ist völlig normal und auch völlig legitim. Und das Einzige, was sich jetzt noch ändert, ist, dass ihr den Wolf tatsächlich eine Rotation verpasst, wenn er sich zum Beispiel nach hinten bewegt. Das heißt, ihr sagt hier, okay, wenn er wirklich nach hinten läuft, dann sagen wir hier Wolf.rotation.z ist gleich 180. Wobei, nee, nicht 180, in dem Fall math.pi. Und es sollte auch nicht Großz sein, schon gar nicht, sondern es sollte natürlich y sein. So, und wenn ich den jetzt umdrehe, den Wolf, ja, dann muss ich hier diese Translation hinten dran schreiben. Und das Problem ist, jetzt dreht sich auch die Translation mit. Das heißt, wenn ich jetzt hier Minus mache, dann läuft der Wolf wirklich wieder rückwärts. Das heißt, ich muss ihn hier quasi auch sich erstmal drehen lassen und dann vorwärts laufen lassen. So, und ja, jetzt sagen wir hier unten einfach nochmal danach, okay, wenn wir hier fertig sind, naja, dann ist die Rotation eben wieder gleich 0. So, wobei das leider nicht ganz funktionieren wird, aber wir müssen den Wolf irgendwie wieder umdrehen. So, und deswegen sagen wir jetzt hier unten einfach, okay, danach dreht der Wolf sich halt einfach wieder richtig rum. So, wenn ich das jetzt hier aktualisiere, äh, wo sind wir? Dann haben wir hier das Problem, dass nichts mehr zu sehen ist. Und das liegt einfach daran, dass Rotation undefined ist. So, das heißt, der Wolf wurde hier eben noch nicht komplett fertig geladen. Das ist das Problem an der Sache. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Rotation anders hinbekommen. So, und deswegen sagen wir jetzt hier, okay, wir rotieren einfach den Wolf immer richtig rum, sofern er irgendwas machen soll. Und ansonsten rotieren wir ihn halt einfach falsch rum. Also, wenn er quasi nach hinten läuft. Wenn wir das jetzt neu laden, sieht das folgendermaßen aus. Ähm, der Wolf ist da. Wir drücken es und er läuft, ja. Er läuft wirklich nach hinten. Das heißt, er geht sogar in die richtige Richtung. Während, wenn wir jetzt W drücken, dann läuft er wieder in die richtige Richtung. S, er dreht sich wieder um. A und D, dann läuft er wieder in die richtige Richtung. Und so weiter und so fort. Das ist quasi jetzt ein, äh, sehr, sehr billiges, äh, eine billige Art von Game. So, das große Problem ist jetzt hier natürlich immer noch, er wird uns früher oder später weglaufen mit der Kamera und wir müssen ihm immer hinterher kommen. So, und das ist früher oder später sehr, sehr, sehr nervig. Deswegen gibt es einen Trick mit der Kamera. Und zwar, wir lassen nicht nur den Wolf hier rotieren, sondern, äh, Translat, Entschuldigung, wir lassen den Wolf rotieren. Äh, ähm, sondern wir lassen auch die Kamera rotieren. Äh, beziehungsweise Translatieren meine ich natürlich. Ähm, und zwar um genau dieselbe Art oder dieselbe Menge hier. So, und das heißt, wir sagen hier Camera Translate Minus Step und hier sagen wir Translate Z um Step und hier sagen wir Camera Translatiere dich mal um Z, aber dieses Mal Minus Step, denn die Kamera wollen wir nicht umdrehen. Da es jetzt leider eine Kamera ist, funktioniert das nicht so richtig, deswegen müssen wir hier mit der Position arbeiten, aber im Endeffekt wollte ich zeigen, wir machen genau das, was wir hier auch mit, ähm, mit dem Wolf machen. Also wir sagen hier, wir wollen mit dem, ähm, mit der Kamera genau das nachmachen, was der Wolf tut. Sieht dann allerdings ein bisschen komisch aus. Ich will euch das mal ganz kurz demonstrieren hier. Und zwar, wenn wir Minus, äh, wenn wir S drücken, dann dreht sich die Kamera so komisch weg. Das ist ein bisschen ungünstig, sage ich jetzt mal. Da ist der Wolf, Achtung, und wir drehen uns wieder weg. Ja, ähm, nicht so schön. Das liegt da dran, dass die Kamera natürlich automatisch immer, ähm, naja, auf Null gucken muss. So, und dagegen gibt es einen coolen Trick, nämlich das Look At, also Kamera.lookat. Und dann kann ich hier den Wolf Position einfach eingeben. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Wenn ich das jetzt neu lade, dann sehen wir hier den Wolf, und wenn ich Minus, äh, wenn ich S drücke, dann sehen wir einfach den Wolf die ganze Zeit. Aber ihr seht, er bewegt sich. Ihr habt es gerade am Schatten gesehen. Und wir laufen jetzt einfach wieder die ganze Zeit zurück. Hier bewegt sich jetzt die Kamera halt leider nicht mit. Aber wir sehen, der Wolf, also wir haben bisher wirklich nur, wenn wir S drücken, quasi die Kamera bewegt. Die anderen Wege haben wir halt die Kamera nicht bewegt. Aber wir sehen, der Wolf bewegt sich. Das sehen wir an der Schattenfarbe von seinem Fell. Und das heißt, er ist tatsächlich irgendwie am Bewegen. Ähm, und ja, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache soweit. Das ist ein kleiner Trick, den man anwenden kann. Allerdings ist er noch absolut nicht ausgereift. Und da braucht man natürlich noch, äh, viel, viel mehr Feingefühl dafür. Ich werde das jetzt hier mal wieder rauslöschen, weil wir die Kamera gar nicht translatieren wollen eigentlich. Ähm, sondern, ja, wir wollen die Kamera eigentlich möglichst so lassen. Dann kann sich der Wolf halt frei rumtransformieren. Aber ich wollte euch den Trick auf jeden Fall nicht vorenthalten. So. Und ja, jetzt haben wir hier einen Wolf, der sich hin und her bewegen kann. Wunderschön, oder? Ja, auf jeden Fall ein kleiner Anfang. Ähm, wenn ihr in der Richtung noch mehr machen wollt, dann fühlt euch frei, darum zu probieren. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.